Was ist besser als einfacher Nougat? Richtig, Double Nougat. Von Marabu, ein Regel aus purem Nougat. Ja, wie man sieht, von Marabu hat 295 Kilokalorien, 50 Gramm wohlgemerkt. Das ist eine ganze Menge. Ansonsten hinten sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Angaben. Ich muss das mal hier ein bisschen... Wahrscheinlich reflektiert das auch noch. Jetzt keine Ahnung, das meiste ist sowieso auf Schwedisch, denke ich mal. Gucke ich mir ja gleich an. Okay. Das ist natürlich mal wieder, das rufen wir hier aufzumachen. Man muss halt irgendwie so... Ah ja, jetzt. So, wie auch die Milka-Schokolade, was in Deutschland ist. Ich glaube, das Ding gibt es auch gar nicht in Deutschland. Marabu-Schokolade ja mittlerweile schon. Und ja, man sieht schon, das sieht anders aus als ein normaler Schokoriegel. Ja, man sieht schon, das sieht anders aus als dieser normale Schokoriegel. Es hat hier so zwei Schichten. Eine hellere und eine dunklere. Und ich rieche auch diese Entfernung schon, den Nougat wirklich. Also es ist ein unglaublich intensiver Geruch. Und ich werde mir mal ein Stück abbrechen. Also bei so viel Zucker, wie der drin ist und sowas, werde ich jetzt nicht alles aufessen. Schmeckt göttlich. Wirklich göttlich. Vielleicht kennt der eine oder der andere diese Nougat-Meeresfrüchte. Ähnlich schmeckt auch dieser Regel. Und ich habe das Gefühl, die untere Schicht, die schmeckt so etwas nussiger, während die obere ganz, ganz mild ist. Ergänzt sich wunderbar. Ein sehr, sehr schöner, intensiver Nougat-Geschmack, der aber nicht zu penetrant ist. Ist aber auf jeden Fall ein ultra-mächtiger Regel. Und ja, ich teile mir den definitiv auf über einen gewissen Zeitraum. Und das ist auch ganz gut, dass man den Packnummern wieder so leicht schließen kann. Ja, kommen wir einfach zu der Punktevergabe. Ich kannte das Ding jetzt schon vorher. Und deswegen habe ich das auch gekauft, weil es mir unglaublich gut schmeckt. Und wenn ihr mal nach Schweden kommt, könnt ihr euch das Ding auch hier probieren, wenn ihr Nougat halt mögt. Und deswegen bekommt von mir der Double Nougat-Riegel, beziehungsweise Double Nougat-Riegel von Marabu sieben Punkte. Volle Tendenz, weil ich total auf Nougat stehe. Der sehr, sehr ergiebig ist und für den Preis, wie ein normaler Schokoriegel halt auch, unglaublich gut. Und jetzt gibt mir den. Mach's auf. Ach ja, die Kamera läuft noch. Also das ist unsere Terrasse. Hier so. Fußballplatz. Mülleimer. Duschraum. Und das ist, wer auch immer. Ist unwichtig. Tschüss. Ist ja doch ganz weg. Schüss.